Jo Leute was geht? Herzlich willkommen zum letzten richtigen Video, weil ich ab morgen im Urlaub bin und dann kriegt ihr eure daily 1v1 Videos mit verschiedenen Themen. Die sind by the way schon alle fertig. Ich war fleißig. Und ja, ja, ja. Ist das auf? Mein Gott. Nice. Äh ja, zum Abschluss dachte ich mir, spielen wir einfach Endergames. Oh. Schlechter Stuff. Äh, ja. Ich hab mir so zum Abschluss, für die nächsten 2 Wochen kommt erstmal Endergames. Ähm, wenn es gut läuft, bin ich am 19. wieder zu Hause. Also dann geht es dann wieder normal los mit richtigen Videos. Aber fürs erste, äh, für die 2 Wochen gibt es dann erstmal, äh, ja, jeden Tag verschiedene Themen, die ihr euch rausgesucht habt. Ähm. Ja, das war es eigentlich, was ich so sagen wollte. Und ja. Erstmal hier. Oh, perfekt. Oh mein Gott, genau das hab ich gebraucht. Genau das hab ich gebraucht. Perfekt. Mhm. 19 Spieler. Ah, Jungs, ich vermisse die Zeiten, wo GOMA-D immer voll war. Warum ist der nicht voll, der Server? Aber, Alter, I don't understand. Ich frag mich halt, was die Spieler alle machen, so. Wenn Minecraft doch grad richtig gut läuft, was machen die dann alle? Dann, ich hab' ich... Na jaaaa. Oh. Zack und dann... Eisensch... Wert. und ob es perfekt auf geht's ich bin jetzt hg in ender games und das rüstung ich habe gar nichts nein nein nicht dieses kit ich schwere gibt es irgendwie kitzel oder so sorry bruder aber danke ist das ekligste von allen muss ich muss man dich erst mal zuerst gehen also in der perle zack 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 essen stimmt immer gebrochen genau dann wenn ich auf die idee komme pilzfarm werde ich geportet so 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 Oh ja, nice one. Und das hier weg, das, das. Äh, erstmal hier ordentlich machen. Das ist grad ein bisschen eklig hier. Das weg, da, 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 da. Ja, ja. Perfekt. Lego. Ups, das ist weg. Unlucky, sorry man. Äh. Guck mal, Enderpeller könnte man auch hier haben. Das ist, glaub ich, useful. Ich würd auch gerne wieder Pilze haben. Ich weiß nicht, ob ich die farmen soll. Aber erstmal fighten wir. Hallo, Mann. Du machst gut? Hat das Schadness? Oh mein Gott, Alter. Obwohl, Holz, 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 Holz. Falk, falk, falk. Ich brauche das. Hier sind nur noch 4 Dias drin. Schade. 35 Gold, schade. Äh. Äh. Ja, Pilze. Oh. Ah. Den hab ich natürlich nicht überhört. Hat man nen Cooldown für Enderpellen, oder? Nein, anscheinend nicht. Heidegaa. Soll muss das nicht sein. Ist das der Weidrat? Wie viele Healds, was hat der? Ja, der hatte noch Healports, what the fuck Äh, erstmal das hier Und das Schwitzer Aber damit kann er mich nicht meinen Hoffe ich zumindest Ich brauche nämlich jetzt erstmal meine Pilze Weil mir die Subs ausgegangen sind Please, please Oh ja, perfekt, oh mein Gott, ja Nur mit dem richtigen getauscht Nein, mein Inventar ist verschoben Warum? Warum ist das aus in diesem Mod hier Beziehungsweise in dieser Version Muss man das hier auch einstellen Oder was? Violet Ah, das ist der letzte Lol Hätte ich das gewusst, what the fuck Dann suchen wir den mal Hat's gebracht auf jeden Fall Where are you, brother? Hello, man Okay, fair play Yeah Naja, Jungs, das war's mit dem Video Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal Ja, zwei Wochen bin ich weg Das heißt, ich werde auch erstmal nicht streamen Äh, ja Das war's eigentlich, was ich sagen wollte Auf meinem Main-Kanal kommen auch noch zwei Videos insgesamt Und Ja, also Ihr werdet immer noch Was von mir hören Zumindest Passiv Auf Twitter werde ich vielleicht auch ein bisschen posten Oder auf Insta Aber ich glaube auf Insta eher weniger Aber ja, auf Twitter auf jeden Fall Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal Und Tschüss